So, du machst hier bei uns den? Ja, ich bin im IT-Support, im Help-Test tätig, hauptsächlich. Ja, schön. Und sehe zu, dass der Laden hier, Mädchen für alles, sagen wir mal so. Oh, das kenne ich, ne? Ja. Was machst du hier, Heiko? Ja, ich mache das gleich für das SAP, Mädchen für alles, ne? Ja. Was war dein Kindheitstraum als Berufswunsch? Oh, mein Kindheitstraum war eigentlich Feuerwehrmann. Im Prinzip spielen wir auch täglich Feuerwehrmann. Wir spielen täglich Feuerwehrmann, genau. Ja, was macht dir am meisten Spaß hier? Ja, dass man viel Kontakt zu den Kollegen hat und dass man weiterhelfen kann. Und wenn man so an den SAP-Prozessen rumbastelt, dass man die dann auch optimieren kann. Ja, ja. Bei dir? Der Zusammenhang mit den ganzen Kollegen klappt immer super. Ich finde die Dutz-Kultur hier, finde ich, klasse. Man ist direkt so auf Augenhöhe, wenn man mit den Leuten spricht. Das gefällt mir sehr gut. Das stimmt, gell. Bei unserem super Team, wer will da nicht hin? Ja, müssten sie uns fragen, dann wird man sofort kommen, gell? Ja. Beides, Heiko. Ja, natürlich beides. Mein Fakten-Check ist, wenn irgendwas im SAP nicht funktioniert, muss man ja erstmal die Fakten kennen. IT weiß ja null und eins, es gibt nur richtig oder falsch. Dann guck mal auf die Fakten. Wenn mein Bauch sagt, es passt, dann passt das auch. Ich bin der Bauchmensch. Du bist der Bauchmensch. Ich bin der Bauchmensch. Wen hast du? Die Hightech-Liebe. Ich habe den Gestaltungshunger. Warum Gestaltungshunger? Ich liebe es, Prozesse zu gestalten. Klar gehört die Hightech im Endeffekt dazu, weil wir hier Hightech-basiert sind. Unser neues Lagersystem, auch das modernste, was wir zurzeit haben. Aber da macht es mir auch Spaß, dann die Prozesse für das System zu gestalten. Und bei dir? Ja, Hightech-Liebe. Wir arbeiten mit Hightech-Produkten. Das interessiert mich, wie zum Beispiel hinten die HoloLens-Brille, die wir da haben. Sowas fasziniert mich. Wie sowas funktioniert, digitaler Zwilling und Afghanistan, finde ich hochinteressant. Halbesie Nachteule. Dann hältst du wahrscheinlich auf den Firmenfeier länger durch. Das schauen wir mal. Jetzt kommen die leichten Fragen. Ja, wenn es ums Essen geht, dann sind wir dabei. Und? Der Wurstmann. Ja, natürlich. Aber ich stehe auf Wurst. Geht nichts über Käse. Das ist meine Welt. Jo, Heiko, hier. Alles klar, wenn du Käse liebst, eine Scheibe Käse für dich. Scheibchen nehme ich mir noch mit. Ja, nehm dir mit. Ich würde dann bei der Wurst bleiben. Den Rest hole ich mir später. Mach's gut.